Jetzt darf ich zum ersten Referenten kommen. Und ich sage, der erste Referent ist eine Referentin. Also wir sind Ihnen heute. Ihr Name, Anke Kern. Wie soll ich sagen, es gibt Schlüsselerlebnisse, Schlüsselereignisse. Die sind so krass, dass sie unser ganzes Leben auf den Kopf stellen können. Ich hatte selber mindestens drei solche Schlüsselerlebnisse, die mein Leben auf den Kopf gestellt haben. Das erste war, als Gott in mein Leben trat. Das zweite Schlüsselerlebnis war, als meine Frau, Anni, in mein Leben trat. Und das dritte war, als die Mobilfunkanbieter mein Leben traten. Ich sage, nicht in mein Leben traten, sondern mein Leben traten. Das hat mein Leben grundsätzlich verändert. Ich wurde total umgekrempelt. Mein Leben wurde auf den Kopf gestellt. Und genau das ist meine Hoffnung, mein Wunsch. Wenn jetzt unsere erste Referentin hochkommt nachher, dass sie auch unser Leben auf den Kopf stellt. Dass wir so ein Schlüsselerlebnis bekommen durch das, was sie sagt. Ich darf jetzt schon willkommen heißen, Anke Kern. Sie wird über 5G uns unterweisen. Da ist sie. Wir schauen uns jetzt vorab ihre Personenbeschreibung an. Und dann kommt sie gleich hoch. Anke Kern, geboren 1962 in Herford, Deutschland. Verheiratet, hat eine erwachsene Tochter. Ausbildung 1983 bis 1987 Studium der Betriebswirtschaft. Diplomarbeit zum Thema Umweltpolitik im Alpenraum. Tätigkeiten 1987 bis 1999 12 Jahre Tätigkeit in einer Forschungsgesellschaft Schwerpunkt Holz. Seit 2003 selbstständige Lehrerin für Körper- und Energiearbeit und die Pflege des Lebens. Nach einem Schlüsselerlebnis mit ihrem damaligen DECT-Telefon erfuhr sie im November 2003 das erste Mal von den Nebenwirkungen des Mobilfunks und ist seitdem gemeinsam mit ihrem Mann, der Arzt ist, aktiv in der Aufklärung über das für sie größte Verbrechen am Leben, das die Spezies Mensch jemals begangen hat. Vorträge, diverse Artikel, Aktionen, Newsletter und weitere Aktionen, an denen sie beteiligt ist. Seit 2007 zu Umwelt- und gesundheitspolitischen Themen, Schwerpunkt Mikrowellentechnologie. Seit 2014 auch über die NATO-Regime-Change-Kriege. Initierung und Förderung verschiedener Friedensprojekte für den Frieden mit Russland wie etwa Wir Europäer sagen Nein zu einem Krieg mit Russland, wo sie zum Kreis der Erstunterzeichner gehört. Ihr Vortragsthema heute Digitalisiert in eine strahlende Zukunft, todsicher. Herzlich Willkommen, Antje Kern. Wir wünschen viel Gelingen. Ein unglaublich brisantes Thema. Es geht richtig ums Leben jetzt, ja. Ja, ich bin dankbar, dass ich heute die Möglichkeit bekommen habe, zu diesem Thema zu sprechen, über das eigentlich die wenigsten Menschen irgendetwas hören möchten, weil es das schöne Bild dieser heilen, digitalen und smarten Welt beeinträchtigen könnte. Dieses Thema spaltet in zwei Gruppen. In die eine Gruppe die Fortschrittsverweigerer, die ewig Gestrigen, die Spinner, die über die Risiken aufklären, die noch in den Höhlen trommeln wollen. Und dann in die andere Gruppe, die sich dem Fortschritt nicht verweigert und die die anderen als Spinner bezeichnet. Dieses Thema spaltet Familien, Ehen und Freundschaften. Und das ist möglicherweise auch genau das, was es soll. Das alte Thema, teile und herrsche, dann ist der Widerstand geschwächt. Ich spreche heute über die Mikrowellen-Kommunikationstechnologie, die verniedlichend Mobilfunk genannt wird. Mit verniedlichend meine ich, es funkt, es funkt zwischen Menschen, der göttliche Funke hört sich doch ganz toll an. Oder das iPhone, intelligent, Smartphone, clever. Es ist doch ziemlich clever, wie sie es geschafft haben, eine Superwanze in die Tasche eines fast jeden Menschen hinein zu befördern. Die nun allgegenwärtige Mikrowellenstrahlung ist für mich das größte Verbrechen am Leben. Und am Ende meines Vortrags werden Sie mich vielleicht noch ein bisschen besser verstehen, was ich damit meine. Nun, mit 5G-Mobilfunk habe ich so das Gefühl, dass so das Finale zum Krieg gegen das Leben auf diesem Planeten Erde eingeläutet werden soll. Ja, in einer Stunde Zeit kann ich jetzt nur einen ganz kleinen Ausschnitt geben über das, was ich in den letzten 15 Jahren dieses Engagements erlebt habe, weil ich sehr viel von den Aktivitäten engagierter Ärztinnen und Ärzte, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mitbekommen habe und auch selbst einiges in die Wege geleitet habe, wodurch ich interessante Erfahrungen mit Menschen in politischen Ämtern machen durfte. Es gibt Berge von Literatur über die schädlichen Auswirkungen der Mikrowellentechnologie auf die Gesundheit von Mensch und Tier. Die arthermischen Wirkungen sind seit Jahrzehnten belegt und sie werden hartnäckig geleugnet. Und Herr Sasek und hier auf der AZK in Stimme und Gegenstimme und Klagemauer TV, das beobachte ich schon seit vielen Jahren mit Dankbarkeit, dass sie einfach so intensiv mitgeholfen haben, hier aufzuklären und den Menschen die Fakten und die Wahrheit aufzuzeigen. Es geht in meinem Vortrag nicht darum, digitale Medien, die ich selber gerne, aber verkabelt nutze, zu verteufeln. Ich habe nur ein Problem damit als die Pflege des Lebenslehrende, wenn Leben geschädigt wird. Und ich habe auch ein Problem damit, wenn Menschen unter menschenunwürdigen Umständen die Endgeräte für die westliche Wertegemeinschaft herstellen dürfen. Ich meine hiermit zum Beispiel den Abbau von seltenen Erden durch Kinderarbeit oder auch durch die unmenschlichen Arbeitsbedingungen in den Produktionsstätten, die und als Ausdruck zum Beispiel dieser Zustände und auch natürlich möglicherweise aufgrund der hohen Strahlenbelastung dort auch die hohe Selbstmordrate von Menschen, die im Telekommunikationsbereich arbeiten. Nur ein Beispiel bei der französischen Telekom, dass innerhalb von knapp drei Jahren sich 60 Menschen das Leben nahmen. Im Gegensatz zu den Aufklärenden über Gentechnik, über Glyphosat und anderes, haben wir über dieses Thema Aufklärenden einen unglaublichen Gegenwind aus der gesamten Bevölkerung auszuhalten. Was ich in den letzten 15 Jahren mit Menschen, die lieber wegschauen, erlebt habe, Darüber könnte ich ein ganz dickes Buch schreiben. Wie kommt das, dass es so ist, dass auch in Praxen von vielen im Gesundheitsbereich Arbeitenden ganz selbstverständlich in der Regel diese gesundheitsschädliche Mikrowellentechnologie steht und dass auch Umweltschützer vom Verschwinden der Bienen, vom Absterben der Bäume rund um Mobilfunksender und von dem wahrscheinlichen Eingriff auch in unser Wetter schlicht und einfach nichts wissen wollen? Sind sie alle irgendwie hypnotisiert? Oder werden sie am Erkennen können oder wollen gehindert, ohne dass sie es merken? Wer ein Problem erkannt hat und nicht zu dessen Lösung beiträgt, ist Teil des Problems, so eine indianische Weisheit. Ich hatte mich entschieden, Teil der Lösung zu sein, so wie viele Menschen, die auch hier sind. Dass es jemanden stört, dass ich diese Aufklärungsarbeit mache, zeigt mir der Umstand, dass ich seit dem Frühjahr 2016 von Menschen bestimmter Dienste begleitet werde. Sie verhalten sich so auffällig, dass ich sie sehe. Sie zeigen sich mir, wollen mich wirklicherweise einschüchtern und ich stehe heute trotzdem hier und vielleicht auch gerade deswegen. Ich habe viele Bekannte und auch Familienangehörige darauf aufmerksam gemacht. Ich habe gedacht, ich helfe euch nicht dabei, das im Dunklen zu lassen. Das soll ans Licht. Dass ich einmal in so eine Lebenssituation gerate, das hätte ich nie gedacht. Ich habe mich, als ich mein Abitur machte, für den gehobenen Dienst bei der Kriminalpolizei beworben, weil ich mich für Recht und Ordnung einsetzen wollte und gegen Verbrechen. Und nun diese groteske Lebenssituation, dass ich mithelfe, Verbrechen ans Licht zu holen und werde überwacht. Am Anfang hat mir das, ehrlich gesagt, schon wirklich Angst gemacht. Nach einer Weile bin ich ganz schön wütend geworden und dann eigentlich nur traurig. Dass es immer wieder Menschen gibt, die diese Arbeit machen, die andere Menschen daran hindern wollen, die Wahrheit ans Licht zu bringen und sich auch für den Frieden zu engagieren. Und viele, wie wir wissen, sind schon aus ihrem Leben geholt worden, die das getan haben. Und die Menschen, die dies tun, die haben offensichtlich kein Bewusstsein dafür, dass sie das schlimmste Verbrechen begehen, was ein Mensch begehen kann, einem anderen das Leben zu nehmen. Und das hat Konsequenzen für ihren weiteren Seelenweg. Und ich habe auch angefangen, für diese Menschen, die meine Wege kreuzen, zu beten. Leider kann ich dieses Thema auch nicht in einer Minute auf den Punkt bringen. Aber wenn ich es müsste, dann würde ich es möglicherweise so tun. Noch niemals wurden die Menschen in Bezug auf ein gesundheits- und umweltpolitisches Thema mit so großem Aufwand durch die gute Zusammenarbeit der Branche mit der Politik und den Systemmedien an der Wahrheit vorbei informiert, wie zum Thema Mobilfunk. Dass diese Risikotechnologie nun alle gesellschaftlichen Bereiche durchdrungen hat, die Menschen abhängig und süchtig geworden sind und nach mehr schreien, ist der satanische Geniestreich der dunklen Kräfte auf diesem Planeten Erde des letzten Jahrhunderts. Sie haben es noch nie geschafft, dass die Menschen sich selbst beseitigen und ihre eigenen Kinder auf dem Altar der Technologie für ihren Gott genannt Fortschritt opfern. Und alle, die behaupten, dass die scheinwissenschaftlich legitimierten Grenzwerte unsere Natur und die Gesundheit schützen, verfügen nicht über Fachwissen oder sie lügen. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Und wenn jetzt nicht bald ein paar mehr Menschen wach werden und uns mithelfen, das Ruder herumzureißen, dann sitzen wir bald alle miteinander in einem tödlichen Strahlenkäfig eines digitalen Gefängnisses, selbstverständlich ohne Bargeld. Und alles Lebendige auf diesem Planeten Erde geht seinem Ende entgegen. Ich habe es geübt zu Hause. Als Studentin, als ich mich mit dem Thema Umweltpolitik im Alpenraum beschäftigt habe, habe ich gedacht, wie schön muss es doch sein, wenn man für eine Umweltbehörde arbeitet und diese wertvolle und auch für mich wichtige Arbeit tut. Um nun heute an dem Erkenntnisstand angekommen zu sein, dass Damen und Herren des öffentlichen Dienstes ausschließlich dem sogenannten Tiefenstaat dienen und dass wir neben Beruf und Familie ehrenamtlich ohne Bezahlung ihre Arbeit verrichten müssen, weil sie diese einfach nicht tun. Sie schützen weder die Natur noch die Gesundheit von Menschen. Dass die Branche selbst kein Interesse daran hat, die Schattenseiten ihrer Produkte ans Licht zu holen, kann man ja noch verstehen. Aber dass sämtliche Bereiche unserer gesamten gesellschaftlichen Institutionen mithelfen, dieses Verbrechen im Dunklen zu halten, das stellt für mich alles Bisherige in den Schatten und ich habe mich mit Umweltpolitik beschäftigt, ich mich seit mehr als 30 Jahren. Was ich erlebt habe, hat wirklich mein Glauben an das Gute in den Menschen zutiefst erschüttert. Diese Branche kann sich ein Riesenherr von Lobbyisten sparen, denn ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sitzen in Schulämtern, sie sitzen in Gesundheitsbehörden, sie sitzen in Gemeinde und Stadträten. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch einmal auf das Buch Der gekaufte Staat hinweisen von Sascha Adamek und Kim Otte, das 2008 erschienen ist und auch auf ein Buch, das ich empfehle, sich wirklich zu besorgen. Es erschien 2003 von den Journalisten Grasberger und Kotteder mit dem Titel Mobilfunk, der Freilandversuch oder ein Freilandversuch am Menschen. Es ist vor 15 Jahren erschienen und zeigt insbesondere das Netzwerk von Politik, Medien und der Mobilfunkbranche auf und geht auch hin, bietet praktisch einen wirklich ganzheitlichen Blick dieses Themas bis hin zu der Mikrowellenwaffentechnologie, die genau die athermischen Wirkungen nutzt, die es offiziell nicht gibt. Die Wirkungen des Elektrosmogs verstehen, heißt das Leben selbst begreifen. Das ist das Zitat eines bekannten Biologen, der der Freund des früheren Siemens-Entwicklungsingenieurs Günter Volkrot, Dr. Günter Volkrot war. Er hatte seinen Freund, diesen Siemens-Entwicklungsingenieur, auf das Baumsterben durch Radaranlagen aufmerksam gemacht. Und in den 80er Jahren hat eben dieser Siemens-Entwicklungsingenieur dem Bundesamt für Strahlenschutz, also Mitte der 80er Jahre schon belegt, dass Baumsterben und das Waldsterben mit den Radaranlagen in Verbindung war, in Verbindung stand, ohne irgendwelche Konsequenzen. Wie ist das gemeint, das Leben zu begreifen, wenn man die Wirkungen des Elektrosmogs versteht? Vielleicht Folgendes, wir Menschen sind bioelektrische Lebewesen, die Wir erschaffen ein Energiefeld um uns herum, genannt Aura, ein elektromagnetisches Feld und gehen mit anderen technisch, auch technisch erzeugten Feldern in Resonanz. Und da fängt das Problem schon an. Unser Körper, unsere natürlichen Felder werden mit technisch erzeugten konfrontiert und unser Organismus muss damit umgehen. Mit fremden Informationen, mit Informationen, die es in der Natur nicht gibt. Es gibt einen britischen Dokumentarfilm aus dem Jahr 2011, der online ist, auf englischer Sprache aber sehr gut zu verstehen, der im Titel das benennt, was es ist. Der Titel heißt Resonance Beings of Frequency. Der Titel sagt aus, dass wir Menschen Frequenzwesen sind. Und dieser Film ist auf Vimeo zu finden. Und dieser Film zeigt auch auf, welche Konsequenzen es hat, wenn wir mit diesen wieder natürlichen elektromagnetischen Feldern in Resonanz gehen müssen. Und nicht nur wir, sondern eben auch Tiere. Auch Wetterphänomene sind elektromagnetische Phänomene. Und manche Menschen haben ja allein schon Mühe genug bei Wetterumschwüngen. Also Menschen, die mal Knochenbrüche hatten oder Migräne oder chronische Erkrankungen wie Rheuma zum Beispiel, die merken den Wetterumschwung schon ganz intensiv. Also da sind auch elektromagnetische, aber natürliche Phänomene, die den Menschen, wie gesagt, schon genug zu schaffen machen können. Die Bioelektrizität des menschlichen Körpers ist messbar und das nutzt man beim EEG, um die Hirnströme aufzuzeichnen, beim EKG, um die Herzströme aufzuzeichnen. Es gibt das EMG für die Muskelströme und das EDA für die Hautströme. Und das Magnetfeld unseres Hirns und des Herzens kann man sogar noch meterweit von uns entfernt messen. Also das macht uns als bioelektrische Lebewesen aus und deswegen sind wir alle elektrosensibel und nicht nur ein paar Sensibelchen. Das Leben ist lebendig und unregelmäßig, anpassungsfähig. Wenn ein Arzt zum Beispiel im Rahmen einer Untersuchung der Herzratenvariabilität eine starre Taktung des Herzens wahrnimmt, ist Alarmstufe rot. Dann geht es eher so, es zu befürchten, dass es auf das Ende zugeht, dieses Menschen. Die ganze Natur ist analog, nicht digital hart getaktet, lebendig, anpassungsfähig. So hat sich alles Leben auf diesem Planeten angepasst an die Bedingungen dieses wundervollen Planeten Erde, um für ihre Spezies das Beste herauszubringen. Und diese Sterntaktungen dieser Mikrowellentechnologie mit sehr starken Leistungsflussdichten, das heißt Leistungsstärken, Strahlungsstärken, umgibt jetzt die ganze Erde, weil wir haben schon Tausende von Satelliten um die Erde herum. Mit 5G sollen jetzt nochmal zigtausende dazukommen. Das ist unvorstellbar und alleine die ganzen Funkmasten natürlich auch. Wir haben so starke Strahlungsstärken, die uns allen lebendigen Organismen eine starre Taktung auferlegen, die milliardenfach höher ist als die natürliche Strahlung der Erde. Ich war auf einem Strahlenkongress im Jahr 2014, da war auch ein Referent, das ist ein ehemaliger Geheimdienstagent, Barry Trower, der vielleicht für einige bekannt ist, der hat ein ganz gutes Beispiel gebracht, genau für diese starre Taktung. Er hat gesagt, stellen Sie sich vor, Sie haben 60 Kilogramm, Sie springen auf einem Trambolin, auf einem größeren Trambolin, wo noch jemand dazukommen kann. Dann kommt so ein richtiges Schwergewicht von 120 Kilo und fängt an, in seinem Rhythmus zu schwingen. Welchen Rhythmus müssen Sie, meinen Sie, Sie können Ihren eigenen Rhythmus noch springen oder Sie müssen sich dem Stärkeren anpassen? So hat er es gesagt, dass wir gar keine Wahl haben. Diese Stärkere ist stärker als wir. Das zwingt uns diese Taktung auf. Dr. Lebricht von Klitzing, der in den 90er-Jahren an der Universität Lübeck in Deutschland ganz unglaublich starke EEG-Veränderungen durch Handystrahlung festgestellt hat in seinen Studien, hat kürzlich Untersuchungen gemacht und hat festgestellt bei einer Studie, was sehr bedenklich stimmt, und zwar er hat Probanden einen ganzen Tag lang mit WLAN bestrahlt und am nächsten Tag wurden die Muskelströme gemessen. Bei 30 Prozent der Probanden war diese Messung mit mit einer Zehen Herztaktung überlagert, nach Abschluss von WLAN am Tag zuvor. Das heißt, bei 30 Prozent der Menschen war diese WLAN-Taktung noch messbar an der Haut, bevor überhaupt die eigentlichen Untersuchungen anfingen. Also das ist diese Art Memory-Effekt, wissen die zwar noch nicht einzuordnen, was das jetzt tatsächlich für Konsequenzen hat, aber mir wurde schon ein bisschen mulmig, als ich das gelesen hatte, in der neuen Broschüre der Kompetenzinitiative zum Schutz Nummer 11, das ist online gestellt, man kann es nachlesen. Und dieses Heft heißt Elektrohypersensibilität, Risiko für Individuum und Gesellschaft. Und wie gesagt, es kann jeden betreffen. Über viele Millionen Jahre hat sich die Erde in einem natürlichen elektromagnetischen Feld entwickelt. Wie gesagt, wie ich schon sagte, die alle Lebewesen mit der größtmöglichen Anpassung an die Bedingungen, die es hier gibt auf dieser Erde. Aktuell sehe ich das so und nicht nur ich, weiß ja, dass viele sich schon so geäußert haben, dass die Spezies Mensch sich im Moment und gerade ganz besonders schnell ein großes Grab genannt, Erde schaufelt, wenn dieser Planet nicht selbst bei drauf geht, weil er als Kriegswaffe missbraucht wird. Das hat die hat die US- Das hat die US-Wissenschaftlerin Rosalie Bertel in ihrem Buch Kriegswaffe Planet Erde aufgezeigt, dass die Militärexperimente tatsächlich sogar diesen ganzen Planeten gefährden können. Dass es nicht nur um das Leben auf ihm geht, die Erde wäre vielleicht froh, wenn die Spezies Mensch als Parasit endlich weg wäre, dann könnte die Natur mal aufatmen, aber es geht tatsächlich jetzt auch um das Überleben dieses wundervollen Wasserplaneten. Der Arzt und Wissenschaftler Dr. Me Dr. Me Tabbel Professor für experimentelle und klinische pathologische Physiologie, ganz schön viele Titel, Karl Hecht ist 94 Jahre alt, ich kenne ihn persönlich und schätze ihn sehr, zeigte in seinem Artikel der elektromagnetische Ozean lebenswichtiger Umweltfaktor in Gefahr genau dieses auf. Sein Artikel erschien in der Fachzeitschrift die Naturheilkunde in der ersten Ausgabe des letzten Jahres 2017 und er zitiert hier aus einer Studie in seinem Artikel, aus dem ich jetzt hier einen Satz bringe und zwar 1968 wurde die US-Regierung von Wissenschaftlern und Ärzten aufgefordert zu der elektromagnetischen Umweltverseuchung eine Studie durchführen zu lassen. 1968 und der Bericht lag 1971 vor und ich zitiere diesen einen Satz Wenn nicht in naher Zukunft angemessene Vorkehrungen und Kontrollen eingeführt werden, die auf einem grundsätzlichen Verständnis der biologischen Wirkungen elektromagnetischer Strahlungen basieren, wird die Menschenwelt in den kommenden Jahrzehnten in ein Zeitalter der Umweltverschmutzung durch Energie eintreten, welche mit der chemischen Umweltverschmutzung von heute vergleichbar ist. Zitat Ende Das wusste man schon 1971 Genau da sind wir jetzt mittendrin und auf diese Situation soll 5G-Mobilfunk draufgesetzt werden. Es gibt bisher keine Kontrollen, keine Vorkehrungen und die in zahlreichen Appellen geforderte wahrheitsgemäße Aufklärung der Bevölkerung und Vorsorgepolitik ist bis heute nicht erfolgt. Auswirkungen auf die Gesundheit Da könnte man jetzt, es gibt wie gesagt Berge von Fachliteratur zu diesem Thema eine unüberschaubare Fülle mittlerweile. Ich werde nur ein paar wenige Punkte, die gerade aktuell für unsere Gesellschaft eine besondere Brisanz haben aufzeigen. Ich bin auch der Frage nachgegangen, was macht uns denn krank? Wir haben in den Menschen, mit denen wir uns gemeinsam engagieren, einfach auch einige Umweltmediziner und mit einem führte ich ein Gespräch und er sagte mir aus seiner Sicht, dass heute Menschen, die heute krank sind, zu 80% krank sind aufgrund der vergifteten Umwelt, belasteten Umwelt, inklusive ungesunder Ernährung. Natürlich nehmen wir über unsere Ernährung natürlich auch noch gewisse Stoffe auf, zu denen uns ja auch ein christlicher Politiker vorholfen hat, dass wir noch ein paar Jahre länger Glyphosat konsumieren dürfen und das auf die Äcker und Wiesen aufgebracht werden darf. Ja und von all den zahlreichen ja nicht thermischen Effekten, die es offiziell nicht gibt, will ich ein paar herausgreifen, denn das sollte man wissen, bevor man überhaupt erkennen kann, was es dann bedeutet, wenn 5G und 6G Mobilfunk, was schon in Planung ist, aufgesetzt wird. Die enorme Zunahme von psychischen Störungen inklusive Depressionen ist bekannt. In der ganzen öffentlichen Debatte wird ein Faktor, der uns alle betrifft, konsequent ausgeklammert. Während Menschen, die sich schon lange mit dem Thema beschäftigen, uns ist das allen vollkommen klar, dass es in diese Richtung gegangen ist. Und zwar, wenn durch die technisch erzeugte elektromagnetische Strahlung unser Hormon für Lebensfreude und Glücksgefühle, Antriebskraft des Serotonin dramatisch in den Keller sinkt und das ist durch einige Studien nachgewiesen, dann wundert es das nicht. Wir haben verminderte Melatoninproduktion zum Beispiel. Aus Melatonin wird Serotonin produziert. Wenn wenig Melatonin da ist, wird auch entsprechend wenig Serotonin da sein. Wir haben bei uns im Allgäu eine eigene, hat eine Gruppe eine eigene Untersuchung gemacht im Jahr 2006, 2007, die in drei Fachzeitschriften publiziert worden ist. Es wurde vor, bevor ein Mobilfunksendemast in Betrieb gekommen ist, Blutuntersuchungen gemacht, Hormonwerte wurden bestimmt und einige Male danach auch nochmal neue Blutwerte entnommen und es haben sich signifikante Veränderungen im Serotonin-Bereich und Melatonin-Bereich aufgezeigt und bei einer zwölfjährigen Schülerin sogar so weit, dass Selbstmord Gefahr drohte. So tief sank der Serotonin-Spiegel. Ein bekannter Mediziner aus den Vereinigten Staaten, den vielleicht auch viele kennen, Dr. Med-Dietrich Klinghart äußerte sich auf einem Kongress 2006 zu diesem Thema folgendermaßen einen Satz möchte ich hier bringen, Zitat Beginn, der Hauptausdruck der Strahlenbelastung in diesem Bereich ist nicht Krebs oder Leukämie oder diejenigen Sachen, die wir hier vorstellen werden, sondern die Verminderung des Lebensgefühls, der Lebensfreude, des Mutes, der Kreativität, die feineren Sachen. Zitat Ende. Und das, was er vorgestellt hat, als die anderen Sachen, die er vorstellen wollte, die waren wirklich erschütternd genug. Zum Thema Stress und Burnout, das ist ja so ganz normal heute, das ist ja in aller Munde. Und auch fast jeder, der sich mit diesem Thema beschäftigt, wundert sich auch nicht, dass das hier praktisch wie eine Seuche grasiert. Ich sage einfach mal, behaupte einfach, jeder, der sich dieser Strahlung aussetzt oder ausgesetzt wird, kommt früher oder später, je nach Konstitution, je nach gesundheitlicher Vorbelastung in ein pathologisches Energiedefizit, in ein sogenanntes Burnout. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und auch natürlich in der gesamtgesellschaftlichen Diskussion um dieses Thema, kommt einfach dieses Thema Mobilfunk einfach nicht vor. Konsequent ausgeblendet. Einige Quellen, bei denen man zum Thema Stress und Burnout durch EMF, ich verkürze es jetzt einfach mal, EMF ist die Abkürzung für elektromagnetische Felder, sind zum Beispiel folgende. Ein sehr umfangreiches Buch, von dem Messtechnikexperten bei uns in Deutschland, Baubiologieexperten, gleichzeitig auch Journalist ist, ist das Buch Stress durch Strom und Strahlung von Wolfgang Mäß. Und auf seiner Internetseite, Startseite, sind sehr viele Aktualisierungen auch von diesem Herbst, wo er auch etwas zur Verfügung stellt zum Thema Antibiotikaresistenz sowie Vermehrung von Bakterien durch technisch erzeugte EMF. Das sollte man wissen. Das ist ganz schön heikel. Die Broschüre Zellen im Strahlenstress eines Stuttgarter Vereins vom Mai 2009 kann man über Diagnose Funk erwerben, für mich auch eine sehr wertvolle Broschüre. Der Forschungsbericht steigende Burnout-Inzidenz durch technisch erzeugte magnetische und elektromagnetische Felder des Mobil- und Kommunikationsfunks steht als Forschungsbericht online zur Verfügung bei der Kompetenzinitiative e.V. Und eine wichtige Studie, die ich hier aufzeigen möchte, ist eine von zwei Ärzten ehrenamtlich durchgeführte Studie, die sogenannte Rimbach-Studie. Diese Studie wurde privat, also fremdmittelfrei 2004 und 2005 durchgeführt an einer relativ großen Gruppe von 60 Probanden im Alter vom Kleinkind bis zum Rentner. Diese Studie wurde in der Fachzeitschrift Umweltmedizingesellschaft im Jahr 2011 publiziert. Das Studienergebnis war folgendes, signifikante vermehrte Ausschüttung aller Stresshormone und die signifikante Verringerung des PEA, des Phenylethylamins, was für eine positive Gestimmtheit wichtig ist, so als Art Vorstufe des Glückshormons. Ich möchte darauf hinweisen, dass ein Burnout, ein pathologisches Energiefizit, wenn das medizinisch bis auf Zellebene kann man das nachweisen, das kann tödlich verlaufen, kann hingehen bis zum Organversagen, zum Nierenversagen und Herzversagen. Das ist kein Scherz, das ist nicht einfach nur irgendein Erschöpftheitszustand, sondern ein pathologisches Energiefizit kann tatsächlich tödlich verlaufen. Gerade in der Zeit, als der Mobilfunk boomte, zwischen 1990 und 2004 wurden die Verordnungen für die Kinder, die unter einem niedrigen PEA-Spiegel leiden, die hyperkinetischen Kinder hat sich die Verordnung fast um das Hundertfache vergrößert. Das ist ein gutes Geschäft für die Pharmakonzerne, gell? Auf dem Strahlenkongress 2014 hörte ich nicht nur Barry Trower, sondern auch eine kanadische Universitätsprofessorin sprechen, Mark der Havers, die erzählte, dass es an kanadischen Schulen schon mehrere Male, also er erzählte von vier Fällen, von plötzlichem Herzstillstand, von Jugendlichen. Zwei konnten wiederbelebt werden, zwei nicht. Das soll heute normal sein an Schulen, genauso wie Ohnmachtsanfälle und Schwindelanfälle und Nasenbluten, ganz normal. Dann zum Thema Demenz. Das wird noch ein ganz großes Problem werden für unsere Gesellschaft. In 20 Jahren sind wir ein Volk von Demenzkranken, so die Physikerin und Wissenschaftlerin Dr. Brigitte Lange im Januar 2001, als sie im Montagsforum Erlenbach zur Öffnung der Bluthirnenschranke durch technisch erzeugte, gepulste EMF sprach. Das ist dann 2021 soweit. Denn durch die Öffnung der Bluthirnenschranke, durch diese gepulste Mikrowellenstrahlung können sämtliche Umweltgifte ins Gehirn gelangen und dort zu neurologischen Störungen, Alzheimer und Demenz führen. Also wie gesagt, Ärztinnen und Ärzte, alle, die sich mit dem Thema schon lange beschäftigen, wundert diese Entwicklung gar nicht. Und ich befürchte, dass zahlreiche Familiendramen wirklich zu erwarten sind, wenn Eltern ihre Kinder nicht mehr erkennen und dann in Zukunft möglicherweise Kinder ihre Eltern nicht mehr. Ich erlebe gerade selbst im eigenen Bekanntenkreis so ein Drama mit. Vor einigen Jahren, das ist schon ganz schön lang her, ich denke mal sechs bis acht Jahre mindestens, habe ich in der Früh eine Sendung, das muss kurz vor sieben gewesen sein, kommt immer jemand, der interviewt wird. Da ging es damals um zunehmende Demenz von Menschen Anfang 50 in Großstädten, die oftmals Singles sind, keine Familie haben, die sie versorgen können und deren Versorgung ein ganz großes Problem darstellen würde. Das Problem wird sich wirklich noch verschärfen. Und natürlich auch in der gesamtgesellschaftlichen Diskussion um dieses Thema findet das Thema, bei das ich hier referiere, natürlich selbstverständlich auch keine Erwähnung. Rudolf Steiner hat sich schon einmal gemeldet zu diesem Thema. Elektrosmog, diesen Namenbegriff gab es damals eben noch nicht. Ich habe, wir haben einige aus unserem Kreis, die anthroposophisch orientiert sind, aber ich habe auch eine Broschüre aus einer anthroposophischen Schriftenreihe, die heißt Mobilfunk, die riskante Kommunikation von jemandem, der Hintergrund hat. Er, Rudolf Steiner, äußerte sich auf die elektrischen Ströme, über die elektrischen Ströme folgendermaßen, es wirkt auslöschend auf das Kapieren. Damals gab es das Wort Elektrosmog noch gar nicht, denn dieser Begriff wurde erst in den 70er Jahren erschaffen, sozusagen als der Biologe Dr. Ulrich Wahnke an der Universität des Saarlandes an Bienen forschte. Und die Bienen verschwinden doch, nicht wahr? Gibt es irgendwo in den Diskussionen rund um das Bienenverschwinden irgendeine Anmerkung in der Öffentlichkeit, dass es möglicherweise damit zusammenhängen kann und dass es sogar klare Studien hierzu gibt? Wird nicht erwähnt. Was würde Rudolf Steiner zu der heutigen Situation sagen? Ich würde ihn gerne mal interviewen. Zum Thema Krebs. Das Krebsrisiko ist belegt durch diese Art der technisch erzeugten Strahlung und ich möchte hinweisen auf meinen Artikel beim OH Mobilfunkstrahlung und das verdrängte Krebsrisiko, der online gestellt ist. Wussten Sie schon, dass als die WHO 2011 die Mobilfunkstrahlung in die Kategorie 2b einstufte, wichtige Studien, wie zum Beispiel die europaweit durchgeführte Reflexstudie an zwölf Forschungseinrichtungen in sieben EU-Ländern die Doppelstrangbrüche an der menschlichen DNA nachgewiesen hat, so wie es zuvor nur von Röntgenstrahlung und von technisch erzeugter radioaktiver Strahlung erwiesen war, dass diese Forschungsergebnisse überhaupt gar nicht in die Bewertung eingeflossen sind. Und auch von weiteren Studienergebnissen, die dieses nachgewiesen haben, sind zahlreiche Studien nicht in die Bewertung eingeflossen. Diese Bewertung hätte damals schon viel höher geschehen müssen. Dazu erzähle ich später noch ein bisschen mehr. Und vor allen Dingen auch die Rolle der Medien. Man hat das damals so ins Lächerliche gezogen, ach, Mobilfunkstrahlung, das ist ja genauso gefährlich wie Kaffee. Aber die Lückenpresse hat leider versäumt oder hat versäumt, ich meine, deswegen heißt sie ja so und arbeitet sie ja so, hinzuweisen, was denn sonst noch so alles in dieser Kategorie 2B drinsteckt, wie zum Beispiel Benzol und DDT. Ja, also Kaffee ist jetzt genauso bekömmlich wie DDT. Nein, die Studien waren mit Kaffeesäure, ich möchte mal gerne sehen, wie lange sie gesund bleiben oder ich, wenn ich mich auch schließlich nur noch von Kaffeesäure ernähren wird. Das ist genau das, was sie aufgezeigt haben, das Verdrehen, aus dem Zusammenhang rausnehmen, nicht alles bringen, sondern nur genau den Teil, der ihnen nützt, um das darzustellen, was sie darstellen möchten. und jetzt komme ich zu einem Thema, was auch so ein bisschen mein Herzensthema ist, das Wasserelement, ein ganz wundervolles Element. Wir leben auf diesem Wasserplaneten und wir Menschen sind Wasserwesen. Wussten Sie, dass Dr. Masaru Emoto auch hat Untersuchungen vornehmen lassen mit Überauswirkungen auf Mikrowellenstrahlung auf Wasser und er von diesen Ergebnissen wirklich entsetzt war, über diese Ergebnisse? Wasser zieht technisch erzeugte Strahlung an. Überall da, wo wir im Körper am meisten Wasser haben, das ist das Gehirn, das Blut und das sind die Drüsen. Und deswegen ist zum Beispiel jetzt auch in Fukushima oder überall, wo einfach diese Atomkatastrophen sind, eben auch diese Drüsenkrebse, Leukämie, Hirntumore einfach das Thema. Man kann das sogar nachweisen, Mikrowellenstrahlung, wenn ich hier jetzt die messtechnische Ausstattung hätte, könnte ich hier in der Luft messen und dann die Sonde ins Wasser tun und dann würde ich merken, wie laut es werden würde. Also Wasser zählt diese Strahlung an. Das kann man nachweisen. Was ganz besonders schlimm ist bei dieser Geschichte ist, dass Föten im Mutterleib heranwachsende Babys umgeben sind von Wasser. Das können Sie sich dann schon weiterdenken, was das ist. Also ich weiß von Menschen, die in dem Bereich arbeiten, auch von Barry Trower auf dem Kongress, dass es sehr, sehr viele Frühgeburten gibt dadurch. Kann ich nur sagen, dass diese ungeborenen Seelen aus diesem Leib flüchten. so sehe ich das, weil sie diese Strahlung nicht mehr aushalten. Gehen die Seelen lieber weg. Und im Bekanntenkreis habe ich das auch gerade erlebt, dass eine Frau im siebten Monat schwanger mit Zwillingen, eine Freundin hat das gesagt, wenn du diesen Flug machst, musste notfallmäßig mit dem Helikopter ins Krankenhaus und auf dem Weg ins Krankenhaus sind ihre beiden sieben Monate alten Babys im Bauch gestorben. Das Universität Tel Aviv ging vor Jahren der Frage nach, ob Wasser ein Gedächtnis hat und bestrahlte zwei Stunden lang mit herkömmlicher Mobilfunkbelastung, mit schwachen EMF, das Wasser und hat festgestellt, dass die Bakterien in diesem Wasser zwei bis dreimal sich schneller vermehrten und länger lebten. Das kann man noch nachschauen, denn diese Dokumentation lief bei Phoenix 2011 und ist im Moment noch online, heißt unser Wissen ist ein Tropfen Wasser, das unbekannte Wesen. Wenn man das nun sieht, wenn man weiß, wie Glyphosat im Körper wirkt, kann es einem ein wenig gruseln. Das Team um Professor emeritiert Dr. Monika Krüger an der Universität Leipzig, ist ja vor Jahren auch schon im Fernsehen gewesen, hat aufgezeigt, wie Glyphosat im männlichen Körper wirkt in Bezug auf Bakterien. Glyphosat tötet die guten Bakterien im Körper ab. Das heißt, die nicht so guten bleiben im Körper, die dann durch technisch erzeugte EMF vermehrt werden und dann auch im Körper noch länger leben. Also, wenn man Mensch und Tier schädigen möchte, wäre das nicht vielleicht eine gute Kombination? zum Thema Wissenschaft. Ist nicht alles, was Wissenschaft, Wissenschaft? Aus mehr als 70 Jahren Forschung zur hochfrequenten Strahlung gibt es so eine Fülle von Literatur, belegt weit unter den Grenzwerten mit all ihren Effekten. Es braucht gar keine weitere Forschung, wie immer von der Politik gefordert wird, es müsste noch mehr Forschung geben. Was es brauchen oder brauchen würde, wäre, wenn man die bisherigen Forschungsergebnisse endlich einmal ernst nehmen würde und anfangen würde, die Bevölkerung aufzuklären und zu schützen. Und ich kann einfach nur sagen, dass beim damaligen Stand der Wissenschaft 1992 als der erste Mobilfunksendeturm in Deutschland errichtet worden ist, diese Technologie einfach nie hätte ausgebaut werden dürfen. So klar war eigentlich schon der wissenschaftliche Kenntnisstand. Und warum brauche ich einen endgültigen wissenschaftlichen Beweis, um zu wissen, dass ich mir den Finger verbrenne, wenn ich ihn auf eine heiße Herdplatte lege, muss ich so lange warten, bis irgendjemand so eine Studie finanziert, um das zu wissen. Man kann vieles erfahren. Und jeder seriöse Wissenschaftler weiß, dass ein wissenschaftlicher Beweis am Menschen niemals zu erbringen ist. Das ist Fakt. Und darauf habe ich hingewiesen in meinem Artikel Unbekannte Warnungen vor einer Risikotechnologie, der bei Free21 online ist. Da habe ich nämlich alle Appelle, die es bisher gegeben hat, aufgelistet. Seit 1999 ungefähr. Übrigens, laut der anerkannten Wissenschaft sind sie hier alle vor mir Leichen und mit gelgefüllte Plastikpuppen. An denen wurden nämlich die Grenzwerte getestet. Das ist anerkannte Wissenschaft von heute. Ganz schön makaber. Man kann sagen, willkommen zurück ins Mittelalter. Die Journalisten Kotteder und Grasberger haben in ihrem Buch Mobilfunk einen Freilandversuch am Menschen aufgezeigt, wie man mit Wissenschaftlern umgeht, wie man sie diskreditiert, sie unglaubwürdig machen möchte. Auch der Filmemacher Klaus Scheidtiger in seinem spannenden Dokumentarfilm Thank You for Calling hat das ebenfalls aufgezeigt. Das hat mich sehr erinnert an die Beschreibung. Man versucht die Menschen unter der Gürtellinie zu treffen, sie als unehrenhaft erscheinen zu lassen, dem man am besten nicht mehr zuhört. Genau so macht man das. Und wie gesagt, Menschen, die einfach nicht dahinter schauen, die sind halt wirklich noch nicht aus der Matrix erwacht. Was wissen die Menschen in Behörden und in politischen Ämtern? Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, der daraus resultiert, aus diesem gemeinsamen Engagement, auch der Ärztinnen und Ärzte, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ich sage einfach, an entscheidenden Stellen sind alle informiert von engagierten Menschen. schon 1984 hat jemand, den ich persönlich kenne, 1984 unseren damaligen Bundeskanzler Kohl angeschrieben und hat ihm gesagt, dass er messtechnisch belegen kann, dass das Waldsterben mit der elektromagnetischen Belastung in Verbindung steht. Keine Antwort. Antwort. 1998 Bundesumweltminister Trittin wurde von dieser und diesem Mann, es handelt sich um eine Elektronikfirma im Allgäu, ebenfalls auch angeschrieben und ihm wurde aufgezeigt, dass er ihm einiges aufzeigen kann und ihm kostenlos Messinstrumente zur Verfügung stellen würde. Er bekam auch von ihm keine Antwort, genauso wenig wie ich. Am 19. 10. 1999, vor 19 Jahren wurde dem damaligen Bundesumweltminister Trittin im Rahmen eines Mobilfunk-Bürgerforums eine Resolution überreicht, in der gefordert worden ist, diesen Telefonstandard, diesen DECT-Decktelefonstandard alle Schnurrlust-Telefone zu verbieten. Vor 18, 19 Jahren getragen wurde diese Resolution von Medizinerinnen und Medizinern von unterschiedlichen Organisationen, zum Beispiel der Gesellschaft für Umweltmedizin, der IGOMED, dem Institut für Umweltkrankheiten und dem Ökologischen Ärztebund nachzulesen auf der Internetseite von mees.de unter dem Titel Verbot für schnurrlose Decktelefone gefordert und diese Decktelefone stehen fast heute noch in jedem Haushalt. 2001, eine Münchner Ärztin schrieb einen offenen Brief an Jürgen Trittin und daraus zitiere ich diesen einen Satz mit dem derzeitigen politischen Kurs bezüglich Mobilfunk wird der wird vor allem im ganz großen Stil kriminelle Profitgier legalisiert zu Lasten des Allgemeinwohls von Millionen Menschen unter Aufgabe jeglicher Rechtsstaatlichkeit. Und da hat Siss absolut auf den Punkt gebracht. Schon 2001 ihr offener Briefwunde in der Baubiologie Zeitschrift Wohnung und Gesundheit in der Ausgabe 103 veröffentlicht. Und dann noch einmal zurück zum Buch Mobilfunk ein Freiland Versuch am Menschen. Ist ja auch schön ausgedrückt, um was es hier in Wirklichkeit geht. Herr Trittin wurde zitiert. Er hat gesagt, wenn Sie in einem öffentlichen Verkehrsmittel fahren und nur drei haben da ein Handy und das in einem geschlossenen Raum, da brauche ich Ihnen nicht zu sagen, was los ist. Also er wusste, was los ist. Er hat es niemandem erzählt, er hat sich auch nicht eingesetzt für ein Handyverbot in öffentlichen Verkehrsmitteln. Warum nicht? Dann etwas ganz Wichtiges. Am 2. 8. 2006 wurde eine Gruppe von Ärztinnen und Ärzten eingeladen im Bundesamt für Strahlenschutz. Den Ordner habe ich selbst zu Hause und durch Zufall mir jetzt nochmal in die Hände gefallen. Eine ganze Gruppe wurde eingeladen zu einem Fachgespräch dort. Man hatte ca. 250 Fallgeschichten von durch Mobilfunk erkrankten Menschen aufbereitet und auch dort in Kurzreferaten vorgestellt. Und dieses Protokoll ist auch online. Man kann auch wirklich sehen, wer alles dabei war. Und diesen unabhängigen Ärztinnen und Ärzten werden dann immer so bestimmte Expertengremien vorgesetzt, die dann die öffentliche Hand beruft und die hat alles abgeschmettert. Nichts war gut genug, alles nicht aussagekräftig und was sie sich da alles für Aussagen einfallen lassen. Und es war auch jemand dabei, den haben sie praktisch so ein bisschen mit eingeschmuggelt, um die Leute da zu konfrontieren. Der hielt einen Vortrag über die Baumschäden. Hat es Herr Dr. Verfügung stellt, er hat es dokumentiert, ganz klar den wissenschaftlichen Beweis erbracht an den Bäumen im Bundesamt für Strahlenschutz. Man ist dem nicht mehr nachgegangen. Es gab keine Konsequenzen. Dann für mich selbst, ich habe eine Aktion in die Wege geleitet und durch Zufall habe ich 2007 im Frühjahr eine Sendung gesehen im Fernsehen und habe in dieser Zeit habe ich gerade mit jemand anderem zusammen Schulprojekte ausgearbeitet um den Kindern und Jugendlichen zu überlegen wie können wir Kinder dahin für uns so begreifen dass etwas Wirkung haben kann was wir Menschen mit unseren Sinnesorganen nicht wahrnehmen können und dann sah ich durch Zufall wie ein Beamter des Bayerischen Landesamtes für Umwelt in einem Augsburger Gymnasium Handy Unterricht abhielt und dort sein Nichtwissen kundtun durfte das ist so unglaublich dass ein Beamter einer Behörde in den Schulen unterwegs war und offensichtlich nicht auf dem internationalen Stand des Wissens war und dieses aber dann so kundtun durfte wir haben mehrere Initiativen zusammen gewürfelt wir haben den aufgeklärt diesen Herrn weil er offensichtlich noch nicht aufgeklärt war über das und haben ihm zahlreiche wissenschaftliche Studien belegt wir haben einen Schriftverkehr hin und her gehabt und was Kenntnis daraus war dass immer jemand anders geantwortet hat auf unsere kleinen Doktor arbeiten mit keinem Wort sind sie auf irgendeinen Inhalt unseres Schreibens eingegangen wir haben immer wir konnten immer sehen die haben das überhaupt gar nicht gelesen was wir denen geschrieben haben aber immer so schöne Textbausteine geschenkt bekommen in den Briefen wie wir nehmen die Sorgen und Ängste der Bürger ernst das habe ich in so vielen Schreiben gelesen das müssen die von irgendjemandem vorgegeben haben bekommen haben auf dieser Behörde steht selbstverständlich ein Mobilfunksendemast bayerisches Landesamt für Umwelt Umwelt ja dieser wir haben dann irgendwann nach dem so und so vielen Schreiben aufgehört wieder zu antworten sondern dieser unsere Aktion ist in einem Artikel in Raum und Zeit dann gemündet dann geht es weiter am 27.01.2008 haben zwei bayerische ärztliche Qualitätszirkel in Zusammenarbeit mit einer Wissenschaftlerinitiative unseren damaligen Minister bayerischen Ministerpräsidenten Beckstein angeschrieben und auf die legalisierte Schädigung von Kindern durch Mobil- und Kommunikationsfunk aufmerksam gemacht und dann nachdem keine Antwort kam wurde das nochmal wiederholt im April 2009 an den jetzt neuen Ministerpräsidenten Seehofer von dem wir ja wissen dass die die gewählt sind nichts zu sagen haben ja also mein Mann hat einige Male nachgehakt denn wir waren die Adresse für diese Initiative kurz vor den Sommerferien kam dann also das war im Frühjahr nochmal kurz vor den Sommerferien im Juli 2009 kam die Antwort von der Bayerischen Staatskanzlei sie würden keinen Handlungsbedarf erkennen können und außerdem gibt es ja die Ergebnisse des deutschen Mobilfunk Forschungsprogramms das aber merkwürdigerweise die Langzeitschäden für Kinder und Jugendliche überhaupt gar nicht zum Thema hatte das heißt die bezogen sich auf dieses Programm das sich mit dem worauf die mit dem Thema mit dem die Wissenschaftler und Ärzte auf sie zugehen wollten überhaupt nichts zu tun hat das war gar nicht Stand der Forschung so machen sie es mit uns Fazit politische verantwortliche wurden alle informiert und auch mein schreiben die Aktion die ich initiiert habe ging an zahlreiche Bundesministerin Staatsminister